So, meine Damen und Herren, es geht weiter hier im Programm auf der Mainstage des University Future Festivals 2023 in Berlin. Und ich glaube, es sind ziemlich viele Leute hier, bei denen es wahrscheinlich zur morgendlichen Routine gehört, mal auf seinem Blog vorbeizuschauen. Jan-Martin Viada ist bei uns. Er ist ein wirklich ausgezeichnet, vernetzter Journalist für Bildung und Wissenschaft und wird geschätzt für seinen strategisch-politischen Blick auf das Thema. Und er hält deswegen bei dem Festival hier schon seit dem ersten Mal immer so eine Art Kino zur Lage der Nation. Und so auch heute. Und heute geht es bei ihm um nichts weniger als um das Weniger auf verschiedenen Ebenen. Es geht um weniger Geld, weniger Studierende, weniger Ressourcenverbrauch. Und wie das alles zusammenhängt, da bin ich ehrlich gesagt neugierig. Ich hoffe, Sie auch. Ich freue mich, dass auch Sie von zu Hause aus dem Büro oder wo immer Sie da jetzt zuschauen, dabei sind und weise gerne auf die Möglichkeit hin, dass man Fragen stellen kann im Anschluss der Keynote bei uns im Q&A. Herzlich willkommen, Jan-Martin Viada. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich habe mich wirklich über die Einladung gefreut, weil das für mich ja auch die Gelegenheit ist, dann jedes Mal so ein bisschen innezuhalten und mich zu fragen, was ist denn jetzt das Thema eigentlich dieses Jahr? Was ist das Thema, das drängende große Thema in der Hochschulpolitik? Welche Fragen stellen sich und welche Antworten gibt es vielleicht darauf? Und dieses Jahr fiel mir die Antwort leider, will ich fast sagen, relativ leicht. Darum die Überschrift über meinen Vortrag, wird weniger die neue Lebensphilosophie der Hochschulen. Moment, werden jetzt Hochschulkennerinnen und Hochschulkenner sagen, wieso soll das eine neue Philosophie sein? Gehört es nicht seit Jahrzehnten zur Kernbeschäftigung deutscher Hochschulen aus ziemlich wenig Ressourcen, ziemlich viel, erstaunlich viel Lehre, Forschung und mehr zu machen. Worauf es von meiner Seite erstmal gar keinen Widerspruch geben würde, denn ob sie es glauben oder nicht, immer wieder kommen Delegationen von Hochschulverwaltungen aus den USA zum Beispiel angereist, um im Gespräch mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Deutschland zu erfahren, wie man mit Knappheit erfolgreich Hochschule machen kann. Und doch geht es mir um etwas anderes. Erstens schien sich die Situation vieler Hochschulen, wenn auch längst nicht in allen Bundesländern, so doch über die Jahre in den vergangenen Jahren etwas zu entspannen. Berlin, Baden-Württemberg, Thüringen, Hessen, hier und anderswo ging die Landesregierung dazu über, die Hochschulhaushalte jedes Jahr um einen festen, das heißt planbaren Prozentsatz zu erhöhen. Meistens so drei, vier Prozent. Nicht gerade großzügig, vor allem angesichts der teilweise enormen strukturellen Unterfinanzierung, aber andererseits doch eine deutliche Entlastung, weil die Haushalte der Hochschulen damit stärker wuchsen, als die Inflation oder auch meist als die Ausgaben für die Gehälter der Beschäftigten. Als dann zweitens, jetzt vor gefühlt langer Zeit, aber eigentlich noch gar nicht so langer Zeit, die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag festschrieben, dass auch der sogenannte Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, über den der Bund jedes Jahr Milliarden in die Hochschulen pumpt, weiter jedes Jahr wachsen sollte auch, schien die hochschulpolitische Trendwende irgendwie festgeschrieben zu sein. Man könnte sagen, möglicherweise die neue Lebensphilosophie der Hochschulen wäre dann gewesen, jedes Jahr ein kleines bisschen mehr. In einer anderen Welt hätte ich dann entsprechend auch meine Keynote mit einem anderen Thema ausstatten müssen. Doch dann passiert mehrere Dinge auf einmal, sie sind Ihnen alle bekannt, in schneller Abfolge, Stichwort Zeitenwende. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führte zu einer Neuorientierung der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit einer, wie wir heute wissen, auch enormen haushaltspolitischen Rechnung. Parallel wurde uns schmerzhaft bewusst die Abhängigkeit von russischer Energie, was in Rekordzeit zu einer ebenfalls enorm teuren energiepolitischen Wende führte und führt, deren Kosten, Stichwort Wärmepumpen und Co., mittelfristig die Staatsfinanzen noch zusätzlich strapazieren werden, nicht nur die privaten, auch die Staatsfinanzen. Ich sage das ohne Wertung, denn es ist absehbar, dass langfristig im Gegenzug dafür natürlich große Effizienz und damit auch Kostenvorteile winken. Aber das dauert natürlich. Hinzu kommt, dass die Preise für fossile Energien direkt in den Wochen und Monaten nach dem Angriff zunächst in schwindelerregende Höhen stiegen und der Staat mit ebenso schwindelerregenden Summen gegenzusteuern versprach. Zum Glück haben sich die Energiepreise zuletzt nicht so dramatisch entwickelt wie befürchtet, aber das Thema Energiekosten ist immer noch präsent in den öffentlichen Debatten, nicht mehr ganz so sehr, wird aber unter Umständen im Herbst wieder virulent werden. Vielleicht so virulent wie im letzten Herbst, als wir wirklich nicht wussten, ob wir durchkommen. Dafür ist das allgemeine Thema zurzeit, ist die allgemeine Inflation zum wissenschaftspolitischen Thema, wirtschaftspolitischen Thema Nummer eins geworden. Sie ist hochgeschossen und hat sich Stück für Stück durch die verschiedenen Warenmärkte gefressen. In der Konsequenz dieser Entwicklung stehen Forderungen nach Gehaltssteigerung, wie wir sie seit vielen Jahren, Jahrzehnten nicht erlebt haben. Und diese Forderungen werden jetzt ja auch, wir sehen es, erfüllt. Die Außen-, Innen- und in der Folge wirtschaftspolitischen Verschiebungen seit dem 24. Februar 2022 haben die Hochschulen und die Wissenschaft in vielerlei Hinsicht getroffen. Ich könnte an dieser Stelle auch über die Folgen für den internationalen Wissenschaftsaustausch und WissenschaftlerInnen-Austausch sprechen, über rote Linien, abgebrochene Kooperationen und das wäre ein nicht weniger drängendes Thema für diese Keynote geworden. Aber ich konzentriere mich auf das Weniger in der Vielfalt seiner Dimension. Dimension 1, Hochschulhaushalte. All die Milliarden für Rüstungsgüter und für die dauerhafte Erhöhung des Verteidigungshaushaltes in der zugesagten Höhe müssen irgendwo herkommen. Das Gleiche gilt für die Finanzierung der Energiewende. Und das in einer alternden Gesellschaft wie der unseren ist dieses irgendwoher, ich muss das so deutlich sagen, meist die junge Generation und die Investition in die Zukunft. Das Weniger, um das es hier geht, ist dann meist kein absolutes, sondern relatives. Was ich damit meine, will ich kurz an zwei Beispielen verdeuten. Nicht einmal vom Bund, einmal aus den Ländern. Aus dem Bund, Sie erinnern sich sicherlich, mit welch großer Geste Bundesfinanzminister Lindner Anfang des Jahres eine zusätzliche Bildungsmilliarde jedes Jahr angekündigt hat. Selten ist allerdings ein Sparprogramm so selbstgefällig vorgetragen worden. Denn ein Sparprogramm ist es, hatte doch die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag nur ein Jahr vorher Investitionen in Bildung und Wissenschaft angekündigt, die ein Vielfaches dieser Milliarde umfassen würden, wenn man sie realisiert. Beispiel der Länder. Die designierte schwarz-rote Koalition in Berlin ist stolz, dass sie die Haushalte der Hochschulen künftig um 5% pro Jahr steigern will, statt wie bisher 3,5%. Nur muss man sich vor Augen halten, dass die Steuereinnahmen Berlins allein 2022, auch durch die Inflation, um über 10% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Mit anderen Worten, der Anteil der Hochschulen am Haushalt Berlins steigt nicht, er sinkt. Womit wir bei Dimension 2 des Weniger und einem seiner Haupttreiber angekommen sind, der Inflation. Die Energiepreise, ich habe es gesagt, steigen nicht mehr so stark. Dafür zum Beispiel die Baupreise, was die Hochschulen in Deutschland mit ihrem krassen Sanierungsstau stärker treffen wird, als man sich das ausmalen mögen. Gerade erst haben zum Beispiel die baden-württembergischen Hochschulen wieder auf ihre prekäre Lage hingewiesen. Nur ein Beispiel, an der Uni Heidelberg fehlen alleine 800 Millionen Euro, um ihre Gebäude in Schuss zu bringen. Und es gibt in Deutschland über 400 Hochschulen insgesamt. Mit der Inflation steigen die Gehälter, der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gibt die Richtung vor. Je nach Rechnung sind das dann 12 oder 13 Prozent obendrauf bis 2025. Im Herbst folgt dann der öffentliche Dienst der Länder und damit auch die Hochschulen. Dimension 3 des Weniger Energiewende. Die Hochschulen müssen auch ihre Heizsysteme umstellen. Dafür werden sie staatliche Hilfen bekommen. Aber wie bei uns Privatverbrauchern werden sie sicherlich auf einem Teil ihrer Investitionen sitzen bleiben. Und diese Kosten kommen früher als die Ersparnisse durch die umweltfreundlichen und effizienten Anlagen. Das Weniger des Energieverbrauchs hat aber natürlich auch eine klimapolitische Dimension. Sie führt dazu, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Corona ganz bewusst nicht mehr zu ihrer alten Reisetätigkeit zurückgekehrt sind. Viele Konferenzen, Besprechungen bleiben im virtuellen Raum. Dieses Weniger an Reisen und persönlichen Begegnungen verändert die Pflege und den Ausbau akademischer Beziehungen natürlich auch. Wenn ich frage, ob weniger die neue Lebensphilosophie der Hochschulen wird, geht es aber nicht nur um Geld, nicht um Energie, nicht nur um Reisen, sondern auch um das Wichtigste überhaupt. Das Wichtigste überhaupt, was akademische Einrichtungen haben. Die Menschen. Das ist die Dimension 4 des Weniger. Das Statistische Bundesamt hat es kurz vor Jahresende öffentlich gemacht. Die Zahl der Studierenden in Deutschland sank 2022 zum ersten Mal seit anderthalb Jahrzehnten. Und wer sich an dieser Stelle damit beruhigen mag, dass ja die Zahl der Erstsemester gleichzeitig schon wieder gestiegen sei, sollte sich nicht zu früh freuen. Dahinter stecken vor allem zwei Effekte. Der eine ist eine Normalisierung bei den internationalen Studierenden der Spätphase der Corona-Pandemie. Und dieser Effekt ist natürlich einer, der nur einmal stattfinden wird. Und hinzu kommt sicherlich auch der Unterschied zwischen Ost und West. Im Westen gibt es teilweise auch eine positive Entwicklung bei den Studierendenzahlen auf niedrigem Niveau. Während aber weniger Studierende für manche Standorte, eben vor allem in ostdeutschen Bundesländern, teilweise seit vielen Jahren zum Alltag gehören, sind sie für die Mehrheit der Hochschulen in Deutschland eine zumindest in der jüngeren Vergangenheit neue Erfahrung. Die Studierenden kommen doch immer irgendwie, so schien es. Und das in einem Überfluss, dass man sich an vielen Orten mit NCs abschirmte. Weniger Studierende bedeuten der Logik der deutschen Hochschulfinanzierung übrigens vielfach auch wieder weniger Geld, womit ein direkter Zusammenhang zu der Dimension 1 den Hochschulhaushalten hergestellt ist. Was in der es immer noch viel zu selten diskutiert wird, ist die drohende Knappheit einer anderen menschlichen Ressource, die der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn die Debatten um Ich-bin-Hanna, Rekordbefristungsquoten und Arbeitsbedingungen der Wissenschaft, wenn die eines zeigen, dann angesichts eines allgemein massiven Fachkräftemangels vor allem dies. Die nächste Generation von Hochschulabsolventinnen und Doktoranden hat die Wahl und wird sie treffen, im Zweifel gegen eine Wissenschaftskarriere. Einzelne Fächer beginnen diese Auswirkungen des Weniger bereits zu spüren. Ich prophezeie deshalb, dass wir die Diskussion um die Ausgestaltung wissenschaftlicher Karrierewege und des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in sehr kurzer Zeit unter ganz anderen Vorzeichen führen werden. Nicht als ein Entweder-oder-guter-Wissenschaft, sondern als ihre Voraussetzung. Weniger Geld, weniger Ressourcenverbrauch, weniger Studierende und womöglich schon sehr bald weniger WissenschaftlerInnen. Damit bin ich bei meinem Zwischenfazit angekommen. Da viele Hochschulen so offensichtlich vor einer neuen Phase der Verknappung stehen, ergeben sich Konsequenzen für ihre Innovationsfähigkeit. Die Frage ist, in welcher Richtung? Möglichkeit 1, wer den Mangel verwaltet, den führt diese Lebensphilosophie des Weniger in eine gedankliche Beschränktheit hinein, eine Mentalität der Mangelverwaltung, weil die frustrierende, aber irgendwie auch bequeme Antwort auf jede neue Idee dann lautet, geht nicht, können wir uns nicht leisten. Möglichkeit 2, die Hochschulen wehren sich gegen eine Lebensphilosophie des Weniger. Sie können das mit Protesten tun, mit Demonstrationen und dem Anzetteln öffentlicher Debatten. Stellen Sie es geschickt an, werden Sie damit auch Erfolg haben. Noch mehr Erfolg allerdings, wenn Sie nicht allein beim Protestieren und Fordern stehen bleiben, sondern zugleich anfangen, den Mut zum Anlassmachen zu entwickeln, so dass die Antwort auf eine neue Idee dann lauten würde, lasst es uns ausprobieren. Und damit bin ich bei der entscheidenden Frage, mit der ich den Rest meiner Keynote verbringen möchte, das Weniger scheint gesetzt, aber wozu führt es in Lehre, Forschung und Transfer? Inwiefern beschränkt das weniger Tatkraft und Visionen? Und inwiefern ermöglicht es vielleicht ganz neue? Meine Antwort möchte ich ebenfalls auf vier Dimensionen konzentrieren. Erstens die Erschließung neuer Zielgruppen von Studierenden, was sie für die Lehre bedeutet. Zweitens ein Umsteuern in der Forschungsfinanzierung, was es für die Wissenschaft und Wissenschaftlerkarrieren bedeutet. Drittens ein neuer Fokus an den Hochschulen auf Innovation und Wissenstransfer und schließlich noch ein unpopuläres Thema, von dem ich hier wünsche, dass es populärer würde. Starten möchte ich mit der Erschließung neuer Zielgruppen. Welche Optionen haben die Hochschulen, um auf das Weniger an Studierenden zu reagieren? Die erste Option ist es überhaupt zu bestreiten, dass es weniger werden. Darauf zu setzen, dass es bald wieder aufwärts geht. Ich habe darüber eben schon gesprochen, das ist angesichts stagnierender und schrumpfender Altersjahrgänge, die noch absehbar über viele Jahre an die Hochschulen kommen, unwahrscheinlich. Auch das Wachstum bei den internationalen Studierenden scheint weitgehend ausgereizt. In einer Zeit der Antiglobalisierung muss man ja fast schon sagen, wie wir sie uns vor wenigen Jahren kaum hätten vorstellen können. Im Vor-Corona-Jahr 2019 stellten internationale Studierende ein Viertel aller Studienanfänger in Deutschland. Diesen Anteil um ein paar Prozentpunkte zu steigern, wäre schon ein enormer Erfolg. Was aber bleibt dann, wenn sich Option 2 vielerorts nicht auf ein Schrumpfen einlassen zu wollen, wenn wir davon ausgehen, wir wollen uns nicht darauf einlassen, was einige Verantwortliche zwar nach einigen Jahren sogar als Chance begreifen könnten, zu sagen, wir lassen uns darauf ein, wir wollen einfach schrumpfen, weil wir haben immer so viele Studierende gehabt. Aber das hat ja dann massive Auswirkungen auf die Finanzierung, wie ich gesagt habe. Also was bleibt da noch? Es bleibt, die Hochschulen verändern sich, indem sie ihre Studiengangsportfolio modernisieren und die didaktisch sinnvolle Digitalisierung der Lehre, also da, wo sie sinnvoll ist, ehrgeizig vorantreiben. Indem sie mehr Betreuung und Beratung anbieten, um die Studierenden nicht nur ins Studium zu bringen, sondern sie dort auch zu halten, was sich leider bisher kaum lohnte, weil es ging über Studienanfänger, die Finanzierung vor allem. Und sie sollten etwas tun, was sie schon längst hätten tun sollten, am meisten dieses tun und die Struktur ihrer Studiengänge, was Bildungsforscher seit vielen Jahren fordern, endlich am echten Leben ausrichten. Die übergroße, na, brauchen wir noch nicht, die übergroße Mehrheit der potenziellen Studierenden muss heute für ihren Lebensunterhalt jobben. Das wissen wir eigentlich. Viele leben in Partnerschaft, manche haben Kinder zu versorgen, Eltern zu pflegen. Währenddessen finden viele ältere Berufstätige, alles Gerede vom lebenslangen, lebensbegleitenden Lernen hin und her, gar keinen Weg zurück an die Hochschulen. Und wer als junger Mensch eine Firma gründen will, kann das parallele Weiterstudieren eigentlich auch schon komplett vergessen. Mit anderen Worten, es gibt eigentlich noch viele Menschen, die sich Hochschulbildung wünschen, sie aber nicht wahrnehmen können. Zumindest an staatlichen Hochschulen nicht. An privaten Hochschulen studieren laut einer Auswertung des Zentrums für Hochschulentwicklung 37% der Menschen in Teilzeit, an staatlichen dagegen gerade mal 4%. Warum? Die Antwort scheint klar, weil viele staatliche Hochschulen es bislang nicht nötig hatten, sich umzuorientieren. Zwar haben sie laut CAE für mehr als jeden sechsten Vollzeitstudiengang eine Teilzeitoption im Angebot, doch sind viele davon weder lebensnah gestaltet noch unbürokratisch zu beantragen. Es ging also an den staatlichen Hochschulen vor allem um den vermeintlichen Normstudierenden. Führt das weniger an klassischen Studierenden nun zu einem Umdenken an staatlichen Hochschulen? Es wäre zu hoffen. Zumal dieser Flexibilisierungswettbewerb, den man dann vielleicht sehen würde, alle versuchen immer flexibler zu werden, neue Zielgruppen anzusprechen, ja kein Nullsummenspiel wäre, denn er würde ja insgesamt in mehr Studierenden resultieren, von denen unter den jetzigen Bedingungen viele studieren oder irgendwann frustriert abbrechen würden. Darum brauchen wir andere Bedingungen. Damit komme ich zu Dimension 2 und der Antwort, wozu das weniger in der Forschungsfinanzierung führen könnte oder meines Erachtens führen sollte. Hier ist die Politik genauso gefordert wie die Hochschulen selbst. Mehr Overhead, weniger Projekte, forderte der Wissenschaftsrat in einem viel beachten Positionspapier Anfang des Jahres. Von immer neuen Steigerungen des Forschungsbudgets können nicht mehr selbstverständlich ausgegangen werden. Es kommen wir darauf an, die Forschungsfinanzierung krisenfester zu machen. Soll heißen, BMBF und DFG sollten ihre sogenannten Programmposten, Kostenpauschalen in den nächsten Jahren fast verdoppeln, auf 40 Prozent. Was bedeuten würde, dass die Hochschulen mehr für das ganze Drumherum von Forschungsprojekten bekämen, und zwar für den Gesamthaushalt, während BMBF und DFG weniger Geld für die Drittemittelforschung an sich ausgeben könnten. Was der Wissenschaftsrat da fordert, kann indes nur der Anfang eines Umsteuerns sein. Der nächste Schritt wäre, das künftige Wachstum der DFG-Haushalte, des Haushalts geringer ausfallen zu lassen, als das der Hochschul-Grundhaushalte oder auch des bereits erwähnten Zukunftsvertragsstudiums und Lehre stärken. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man der DFG einen ihrer jährlich drei Prozent Budgetplus nehmen und es auf die drei Prozent beim Zukunftsvertrag draufschlagen würde? Klingt nicht gerade nach einer Revolution, aber es gibt natürlich ordentlich Zinseszinseffekte und wäre eine, wenn man bedenkt, welche Bedeutung DFG Drittmittel bislang haben, wäre es eine Revolution, nämlich um Macht und Reputation und Karrierechancen an Hochschulen auch ein Stück weit dann anders zu organisieren. Was zeigt, dass eben auch die Hochschulen selbst und vor allem die Hochschulleitungen gefordert wären. Bislang wehren sich die meisten nämlich mit Händen und Füßen gegen solche Vorschläge. Die Standardantwort lautet dann, ja, ja, wir brauchen eine Verschiebung von Drittmitteln zu Grundmitteln, aber doch bitte nicht durch ein geringeres Wachstum der Drittmittel, sondern durch ein stärkeres Wachstum der Grundmittel. Doch sollte meine bisherige Kino deutlich gemacht haben, dass ich dieses Argument spätestens mit der Zeitenwende erledigt haben dürfte, dass man ein Umsteuern durch einfach mehr schafft. Ein solches doppeltes Umsteuern, also mehr Overhead, weniger Projekte, gleichzeitig weniger Drittmittel, mehr Grundfinanzierung würde bei insgesamt gleichbleibenden Ressourcen zu einer thematischen und personellen Veränderung beitragen. Thematisch ist allerdings unklar, ob das gut oder schlecht wäre. Die einen sagen, dann wäre Forschung ein Stück weit weniger kurzatmig, Forschungsprojekte abseits des Mainstreams hätten bei einer stärkeren Grundfinanzierung größere Aussichten. Die anderen sagen, das Gegenteil wäre der Fall, weil der Wettbewerb um die knapperen Drittmittel dann noch unerbittlicher würde. Ganz sicher spürbar wären die Auswirkungen auf die Personalstrukturen, denn ganz gleich, wie die zurzeit heiß diskutierte Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ausfallen wird, sie kann nur die rechtlichen Voraussetzungen schaffen für eine andere Personalpolitik an den Hochschulen, für eine niedrigere Befristungsquote, für mehr Dauerstellen. Die finanziellen Voraussetzungen liegen in jedem Verhältnis zwischen Drittmitteln und Grundfinanzierung und natürlich im Mut der Hochschulleitung und Hochschulen Grundsätzliches ändern zu wollen. Schnell weiter mit Dimension 3 und meiner Hoffnung, dass angesichts des weniger und der neue Fokus an den Hochschulen auf Innovation und Wissenstransfer nicht nur behauptet wird, sondern sich auch in zusätzlichen Ausgründungen, Unternehmenskooperationen und Lizenzeinnahmen zeigen wird. Ein Aspekt, über den ich jetzt lange reden könnte, ist angesichts der fortgeschrittenen Zeit aber kurz machen möchte. Es gibt die von der Bundesregierung vorgestellte Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Sie konzentriert sich auf bestimmte gesellschaftlich wichtige Ziele. Fast alle haben einen Link zwischen Wissenschaft und Wertschöpfung. Es besteht bereits die Bundesagentur für Sprunginnovationen. Es soll eine deutsche Agentur für Transfer und Innovationen geben. Beide sind darauf ausgerichtet, wissenschaftlichen Erkenntnisse schneller zu einem Durchbruch auf dem Markt zu verhelfen. Bislang fehlt es aber an den Hochschulen an der strategischen Ausrichtung in der Breite. Es fehlt ein Bewusstsein für die wirtschaftliche Bedeutung von Transfer in vielen, gerade in den nicht so technologienahen Fächern und zwar auch an der wirtschaftlichen Bedeutung für die Hochschulen. Meine Hoffnung ist, dass hier die Lebensphilosophie des Weniger zu einer Lebensphilosophie des Mehr wird, zur Überwindung überkommener Vorteile und scheinbarer Gegensätze. Es gibt nicht die Grundlagenforschung hier und die angewohnte Forschung da und die eine ist her und rein und die andere ist irgendwie verdorben. Es gibt nur den gemeinsamen gesellschaftlichen Fortschritt in allen ihren Ausprägungen, Ideellen wie Materiellen, zu denen die Hochschulen beitragen müssen und können und dann im Umkehrschluss auf diese Weise auch einen größeren Teil ihrer Einnahmen generieren könnten. Und falls Sie dachten, dies sei bereits das von mir angekündigte unpopuläre Thema gewesen, von dem ich mir wünschen würde, das populärer würde, dann haben Sie sich geirrt. Dazu komme ich nämlich jetzt. Wenn wir darüber reden, inwiefern das Weniger anstatt Visionen zu beschränken ganz neu ermöglichen würden, lande ich zumindest irgendwann immer wieder bei dem Thema Studienfinanzierung. Und so möchte ich am Ende meiner Rede für eine neue Debatte über Studiengebühren werben. Ganz andere Studiengebühren, als Sie vielleicht denken. Und ich möchte Ihnen noch kurz zeigen, wie aus einem Weniger ein Mehr werden könnte, auch ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit. Stellen Sie sich also vor, jeder Studentin und jede Studentin müsste jedes Semesterstudium eine Gebühr von sagen wir 1.000 Euro zahlen. Aber Sie müssten sie nicht sofort zahlen, sondern erst nach Abschluss Ihres Studiums. Und auch nur unter zwei Bedingungen. Ihr Abschluss ist maximal 20 Jahre her und Sie verdienen mindestens das 1,5-Fache des deutschen Durchschnittseinkommens. Sagen wir also, zehn Jahre nach dem Examen erreicht Studentin X diesen Betrag, dann zieht Ihr das Finanzamt automatisch 3% Ihres Bruttoeinkommens ab. Und zwar jedes Jahr, bis die Studiengebühren abgezahlt sind. Oder alternativ, bis Ihr Examen 20 Jahre her ist. Erreicht Sie nie das 1,5-Fache Ihres Durchschnittseinkommens oder des deutschen Durchschnittseinkommens, muss Sie nie zahlen. Und spätestens nach 20 Jahren gilt Ihre Schuld so oder so als abgezahlt. Niemand müsste lebenslang mit Verschuldung rechnen, niemand müsste einen gut abbezahlten Job suchen, nur um die Studiengebühren abstottern zu können. Nur diejenigen würden zahlen, für die sich das Studium finanziell deutlich gelohnt hat. All die anderen Dimensionen wären noch genauso wichtig, sie hätten aber keine Folge für eine langfristige Verschuldung. Und weil das tatsächlich die meisten sind, für die sich das Studium finanziell lohnt, wären die Kreditausfälle übrigens gleichzeitig erstaunlich gering. Das Faszinierende aber wäre, dass die Hochschulen die Studiengübeln sofort bekämen, wenn unsere Studentin X und ihre Kommilitonen anderswo studieren, erhielten nämlich vorgestreckt vom Staat, der auch bis auf einen Inflationsausgleich die Zinsen übernimmt, sodass die Studentin am Ende wirklich nur den maximalen Gegenwert dessen zahlen muss, was sie einst erhalten hat. Eben dann Wert des Geldes zu dem Zeitpunkt natürlich. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was so ein Modell den Hochschulen an zusätzlichem Geld bringen würde. Bis zu 6 Milliarden Euro pro Jahr. Ein Viertel der Einnahmen aller nichtmedizinischen Hochschulen in Deutschland. Was meinen Sie, wie viel mehr an Betreuung, Orientierung, an nachhaltigen Personalstrukturen, an hochwertiger Lehre möglich wäre mit so viel Geld? Und wie viel davon besonders Studierenden nutzen würde, die bislang an den Hochschulen durchs Raster fallen? Warum trauen wir uns also nicht? Warum schießen wir eine solche Debatte immer wieder aufs Neujahr mit dem irregenden Argument, Studiengebühren seien auf jeden Fall sozial ungerecht? Das müssten sie nicht sein. Sie könnten sogar das Gegenteil sein. Und sie könnten, der deutsche Staat, könnte sie noch dazu, selbst jetzt noch, über die Zinsen und Kreditausfälle erstaunlich günstig finanzieren. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wer den Mangel verwaltet, den führt diese Lebensphilosophie des Weniger in eine gedankliche Beschränktheit hinein, in eine Mentalität der Mangelverwaltung. Wer aber durch das Weniger den Mut entwickelt, neu und anders zu denken, der ist am Ende vielleicht sogar in der Lage, das Weniger in ein Mehr zu verwandeln. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für diese Analyse der aktuellen Lage sozusagen. Dein Titel ist Programm auch bei den Fragen. Wir haben tatsächlich keine Fragen, die jetzt im Chat aufgekommen sind. Spricht immer für einen guten Redner, wie ich finde. Ich hätte aber eine Frage, wenn du erlaubst. Gerne. Du hast es so ein bisschen angeteasert, aber ich frage mich, ob dieses Weniger vielleicht auch zu einem vielleicht sogar wünschenswerten Wettbewerb unter den Hochschulen führt. Was ist so deine Einschätzung dazu? Was könnte sich dadurch ergeben? Also ich denke, ja, also ich habe das versucht zu sagen in Bezug auf die Studierenden. In dem Augenblick, wo die Studierenden weniger werden, muss ich ja gucken, wie ich als Hochschule von dem scheinbar endlichen Kuchen mehr abbekomme. Und wenn dieser Wettbewerb dann noch dazu führt, dass die Hochschulen ihre Angebote weiterentwickeln, nimmt die Zahl der potenziellen Studierenden plötzlich wieder zu. Das heißt, einerseits ist es ein Wettbewerb um Studierende, die da sind. Andererseits entsteht durch den Wettbewerb auch nochmal eine neue Zielgruppe, die vorher gar nicht an die Hochschule geschafft hat, für die an der Hochschule gefühlt kein Platz war. Und insofern glaube ich, ja, das ist ein Wettbewerb, der entsteht, aber es ist dann kein schädlicher Wettbewerb. Sondern hoffentlich einer, der viel inspirierendes Gutes. Ja, der wirklich in der Lage ist, Studierenden den Weg an die Hochschule zu ermöglichen, die sonst nicht hingegangen wären. Wirklich das Thema lebensbegleitendes Lernen und auch die Hochschulen verändern sich dadurch. Danke. Eine zweite Frage habe ich noch. Du hattest eingangs gesagt, auch ein weniger Reisen verändert den Austausch von Forschenden und Lehrenden. Da würde mich noch interessieren, wie denn verändern? Wie ist deine Einschätzung dazu? Ich glaube, es geht eine Komponente schon verloren. Also ich glaube, es sind viele Reisen in der Vergangenheit, haben stattgefunden, die nicht nötig gewesen wären. Ich muss nicht zu jedem, zu jeder Konferenz, ich muss nicht zu jeder Besprechung von anderthalb, zwei Stunden quer durchs Land reisen. Das ist Quatsch. Ich glaube, dass es umgekehrt schon wichtig ist, gerade im internationalen Bereich, sich nicht nur virtuell zu treffen, nicht nur virtuell in Austausch zu pflegen, sondern sich zu sehen, miteinander zum Essen zu gehen, miteinander über die Dinge zu reden, die im Umfeld der Tätigkeit liegen, die im privaten Bereich liegen, ein Verständnis zueinander zu entwickeln. Und ich glaube, da sollten wir durchaus manchmal großzügiger sein, als wir es vielleicht jetzt auch klimapolitisch sein wollen, sein dürfen. Ich glaube, das ist ein Trade-off, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, weil ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist das Pflegen von zwischenmenschlichen Beziehungen, die über die rein akademischen Themen hinausgehen, besonders wichtig, um ein Verständnis zu haben und zu behalten. Da sehe ich eine Gefahr, gleichwohl, wie gesagt, es gibt viele Reisen, die man sich sparen kann. Und das passiert jetzt auch, glaube ich. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne. Tolle Impulse, tolle Analyse. Super, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Jan-Martin Viader. Sehr gerne. Ich knüpfe direkt mal an, an das Vernetzen und Zusammenkommen. Jetzt ist nämlich die Zeit dafür. Wir haben jetzt eine Stunde Mittagspause und es gibt etwas sehr Nettes, was Sie auf der Pausenstate ausprobieren können, um ins Gespräch zu kommen. Vielleicht erinnern Sie sich an Chatroulette, was ist das schon zehn Jahre her oder so, ich glaube, mal aufkam. Dieses Prinzip haben wir aufgegriffen mit dem Netzwerkkarussell, wo Sie sich einloggen können und dann per Zufallsprinzip mit einer Person hier vernetzt werden und so vielleicht die Chance haben, Menschen kennenzulernen, die Sie sonst nicht kennengelernt hätten. Also das vielleicht mal ausprobieren und ansonsten gerne auch weiter hier auf der Plattform sich umschauen, in den Marktplatz reinschauen. Sie können sich vernetzen mit anderen Menschen, plaudern, mal auf der Social Wall vorbeigucken. Da habe ich gerade schon mal reingeguckt, da ist einiges los. Es lohnt sich auf jeden Fall. Für alle, die digital zugeschaltet sind, wir machen dann hier um 13.05 Uhr weiter mit der Podiumsdiskussion. Da geht es dann um das Thema, was bleibt eigentlich so von Corona? Gab es diesen Schub wirklich, der immer so prophezeit wird? Auch da wird es noch mal spannend. Und für alle, die hier im Raum sind, empfehle ich Ihnen gerne einmal, quer über den Hof zu gehen in den Experience Space. Da präsentieren Studierende der Jade Hochschule, wie künstliche Intelligenz und Augmented Reality in der Architekturausbildung genutzt werden. Ich durfte da gestern schon mal vorbeischauen. Da kann man tatsächlich mal so eine Microsoft HoloLens ausprobieren und gucken, wie das in der Baubranche und Architektur eingesetzt wird. Und natürlich gibt es auch was für den knurrenden Magen. Wir haben einen Foodtruck. Da müssten Sie einmal hier diese Treppe runtergehen. Da gibt es was zu essen und ich hoffe, es wird Ihnen schmecken. Und wir sehen uns gut gestärkt in einer Stunde, 13.05 Uhr wieder hier auf der Mainstage in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis gleich. Vielen Dank.